Was denn jetzt? Äh. Endlich hab ich euch gefunden! Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wetch! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt glaube ich Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? Kann der jetzt mit dir? War das eine Explosion? Anormale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Wir wollen den Direktor und den Kopf kürzer machen. Anormale Erschütterung. Wir haben Leute zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Zugänge werden verriegelt. Alle Mitarbeiter werden umgehend evakuiert. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch. Die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wetch. Bis. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett. Er hilft uns. Was? Zuhause wasch ich in den Kopf. Mal einen auf Starken, wa? Vor uns. Krass, wie kann der bitte jetzt hier hin? Das ist auch mir ein Wunder, oder? Alleine. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sind ja voll die Horde jetzt. Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hojo benutzt hat. Ich guck grad mal. Ach, guck mal hier. Ich glaub. Ich war mir aber schon. Mega trinke. Na klaro. Efter. Komm, das ist alles im Angebot. So. Um sowas verkommen lassen, ne? Und ne Bank. Warte. Ups. So, Pingu Schüsse, das geh ich wieder weg. Sieht aus wie Fragezeichen, ne? Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Da waren alle Kisten schon leer? Ach. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir hier, wo wir... Angestachet haben. Jo. Geht es hier lang zum Fahrstuhl? Ja. Ich kann den Mistkerl noch riechen. Nein. Komm, Elvis. Geh da rein. Geh da rein, Elvis. Fein. Geh rein. Elvis. Nein. Natürlich nicht. So. Was ist denn hier passiert? Die Behälter. Sie sind alle leer. Mir schwankt nichts Gutes. Hier müssen wir landen. Und wie? Na mit Muskelkraft. Oh nein. Was ist das? Oh nein. Sind diese Mensch-Dinge, nun? Hm. Ja, ja. Warum? Ist doch gut, dass sie alles zerstört nehmen müssen. Genug. Genug. Nicht übertreiben. Apropos. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Du bist ja. Alter. Macht er unschuld? War das das so? Ja. Es geht los. Du kannst doch mal rangehen, ja? Ach. Hm. Tja. Tja. So. Haben sie auch klug gemacht. Dass er da mitgeholfen hat und nicht im Kampf war. Haben sie clever gelöst. Wird wahrscheinlich weiterhin clever gelöst werden. Weil er nicht unser Team ist. Mann, ich kann den nicht mal... ...steuern. Das wär so geil. Ist aber ein Tiger, ne? Ist kein Hund. Kann man hier was machen? Ich hatte grad so Dinge zu, oder? Da. Ne. Ja, was ist denn hier? Wo steht hier alles hier rum? Muss man hier lang? Ja. Wahrscheinlich hätte man da auch hintergucken sollen. Und das wird nur alles zum Verhängnis. Und der Pirot kommt bestimmt noch. Gegen Ende. Was? Feder? Düm. 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 ich bin absich ich wusste nicht dass er direkt unten landet wenn wir draufklicken so das ist doch seine mutter jenova was ist das oh die Mutter von ihm Ich hasse sie alle! Echt? Sind sie das mit der Szene zu kriegen gehabt? Sehen die ihn? Oh oh. Ist das wirklich du? Ich habe es gewusst, dass er hier ist. Ach! Eherbärmlich. Akzeptiere es. Kild! Ei, ei, ei. Geistesbekümer. Oh oh. Vortrefflich. Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Hm. Und wir sind alleine. Wunderbar. Ich muss hier weg. Ich hoffe aber nicht... ...zu lange. Was wär's? Scheiße. Was hat denn der immer, wenn... ...wenn er ihn sieht, dann... So komm ich rüber. Boah. Was hat denn der immer mit... Sehr viel Gott. Ich meine, ich kenn die Vorgeschichte nicht. Wollen muss das dann wieder fahren. Und der wär ja auch... ...viele ich glaub ich tot, ne? Beim letzten Mal. Weil... Das wär ja aber nicht hier. Weiter. Was ist das? Was ist das? Das war abzusehen. Das war abzusehen. Wollt nicht übertrieben hier. Aha. Ich hätte ehrlich gesagt ne Truhe mit ne... ...ne neue Waffe... ...gehabt, aber... ...hm. Okay. Dann halt's nicht. Aber grad von der Aufpassung nochmal... ...beniger... ...am... ...benigsten Waffen. Ich helf dir. Klar, aber das hat man jetzt nicht so wie oft. Oh. Nice. Wetz... 13 Mal schließt sich dein Papa als Gast an. Und das heißt... ...der Kämpfer an deiner Seite lässt sich aber nicht... ...von dir kontrollieren. Da sich deine Ausbildung nicht ändern lässt. Auch nicht im Hauptniveau. Ach, schade. Verdammt. Kommt der bitte jetzt aber mal her. Auchen. Das sollte reichen. Ah. Tschüss. Hey. Das wird wehtun. Ah. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Hey. Wurde die auch getrennt? Äh. Charakteristisch nur von wo wir kamen. Hallo? Ist das hier richtig? Warte mal. Ich geh erstmal... ...hier lang. Dann kommen wir hier zurück. Ja, hier ist. Komm mal zurück. Okay. Sieht alles gleich aus. So. So. Boah. Boah. Ey, sah wie das aussieht, ne? Die ganzen Kapseln. Na eins. Was ist? In der Wand das Symbol angezeigt kann Wetzel an dieser Stelle mit X. Cool. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Hm. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Ah, warte. Ich seh ne Truhe. Da kann ich nicht irgendwie da stehen, Alter. Überhaupt nicht. Was hast passiert? Phoenixfeder. Hab ich mir schon gedacht, dass hier ein Nebenweg ist. So. Machst du mal. Hehehe. 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 Okay. Auf. Der wird mir gleich die Stimme, wo die sie klaut, ne? So ein bisschen. Ach. Hier kann man sich wieder aussuchen. Was denn? Da wird zu viele Bänke hier, oder? Die dritte. In der Folge, oder? In der Folge, oder? Kann man auch wieder Megatränke kaufen. So. Na komm, dann gehen wir weiter, ne? Du Süßi. Zwei hier lang. Walze. Sektion 1. Sektion 1. Oh, Barret. Wo sind denn jetzt alle getrennt? Boah. Bist du dir sicher? Klar. Das muss gar nicht richtig losgelegt. Gelegt. Keine Scheiße. Warte. Hup. Das muss nicht. Das tut weh. Wenchen... Wenchen machte? Hat denn das? Ja, Pockschuss, ne? Ja, jetzt sind wir mit dem Meister. Guck mal da. Genau das wollte ich. Zumal. Zwei. Du siehst gar nicht, oder? Okay. Oh, nein. Wollte schon sein, das waren alle. Aber es wär jetzt gelogen. Autsch. Die anderen kommen nicht raus. Oh, die kommen wahrscheinlich nicht weg. Alter, was? Motte? Warte. Warte. Glitz. Alter. So. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aerith und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den stören Frieden hat sich am Plan nichts geändert. Los Leute! Los Leute, ich bin nur einer, ja? Und ein Tiger. Ich mit dir. Hä, sind die gefüllt worden? Die Kamera wird schön. Warte. Die sind aber ein bisschen mehr, ne? Die beiden. Was ist jetzt? Oh. Oh, Joe, du kleine Mist. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Oh. Die sind in Waffe. Zwillingsfehler. Wie ghoul, wie ghoul ist das denn? Wie ghoul. Alter. Konterstellung. Cool. Der Weg mal abgrain und einsetzen. Ach. Ach. So. So. Ah, hier ist noch ein Slot. Die sind rot. Schlotty. Schlotti, slutty. Hier gibt noch eine Debuff. Ich würde die Slots noch mitnehmen. Das sieht cool aus die Waffe oder? Die sieht schon sick aus. Ich finde das auch gut, dass man die Komponenten, die hier drin sind, auch hier mit... Dann kommen. So, da fehlt aber noch einen. Hier haben wir noch einen frei. Was nehmen wir denn da? Zerstörung. Da kommen wir mal zur Störung. So. Yeah. Ich bin schon gefragt, wann die nächste Waffe von ihm kommt. Aber der hat nur einen Slot frei. Cloud. Oh, da ist ein Material-Kürchen. Da. Hol' Stöckchen. Oh. Shit. Hey. Ah. Mal. Doch super! Sehr schön! Also wen nimmst du? Ich würde die Rechte nehmen. Ich würde die Rechte nehmen. Ich würde die Linke, ja? Hä? Da sind sie ja schon. Hier sind wir vollzählig. Noch nicht, aber... Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Der Reaver. Hier. Ja, ist der Rear. Hier tiefer. Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken ihn hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ach, könnt ihr mich hören? Nein. Ganz genau. Willkommen in der Walze. Meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl... Wo ihr gerade schon einmal zugegen seid... Warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lass ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Nehmen wir es uns an. Die Gruppe wechseln? Hey, wie? Ihr seid auf euch alle eingestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Ja, komm. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an. Okay? Geht klar. Müssen wir das machen mit der Gruppe, oder? Bestimmt, ja. Aber ich finde, der Girl Power ist immer so angebracht. Alles im heißen Bereich, dürfen wir sagen. Team Tifa ist auf der Stelle. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus. Dann hätte die Türen griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Lass uns mal suchen. Okay. Ah, hier ist wir. Heifstation. Peer. Yes. Hey? Ich weiß gar nicht. Was wollen die von mir? Ich glaub wir müssen, ne? Oder? Ne, doch nicht. Was ist mit Ares los? Welchen geht's dir gut da? Sieh mal! Unten kommt man jetzt auch weiter! Was ist mit Ares los? Ah! Ah! Sagen wir klar Bescheid! Weiß er doch. Aber wir müssen mit der, dem weiter. Aber wenn das so ist. Verstanden. Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet bis ihr von uns hört. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hoju ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran, genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hoju scheint uns zu benutzen. Um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet der sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Ich frag mich auch, was ich auch töten kann. Hoju. Und die anderen. Der Rest vom Team. Wir haben ja die neue Attacke. Warten wir einfach. Alter. Ach so, es ist... Ah, warte, wir haben ja die neue Attacke. Grundtauschellung, ne? Los! Wie schmeckt dir das? Ich werde mal trifft, ne? So, den E-Mail müsste man aber noch ziehen, was hat das jetzt, ah, ich ziehe jetzt auch noch was. Wie heißt er, ah ja, wie weiter ist er? Hab den Augen hier vergessen. Aber die Kiste! Schade. Schade. Kiefer und Eris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Aha. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay, war auch die zweite Tür. Schade. 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 Ist das? Ja, ist das hier, ne? So. Nee. Wo? Hey? Oh! Hallo! So. Was macht er ohne Schuld? Aua! Das war ein gutes Training! Mit der kann ich nicht umgehen, was? Ist doch die Attacke, ne? Warte. Das kann man hier nur sehen. Ja. 50% haben wir jetzt. Komm. Einmal ist 10%, ne? Also, Feen. Noch 5 mal. Was haben die hier wohl gemacht? Es macht mich irgendwie traurig. Schleichste. Ei, ei, ei. Hat hier Monster. Da fragt man sich wer der wahre Monster ist. So. Ich bin jetzt auch. Hier drin. Ich bleib hier drin. Okay. Okay. Jetzt sieht man die Brechen gleich aus oder öffnen sich? Jaaaa. Es öffnet sich alles gleich. Ich lebe nie auf. Ey, y'all. Mach da Unschuld. Mach da Unschuld. Für uns alle. Yes. Wir gehen mal schnell. Limit. Meine Wünsche. Sie geben euch Kraft. Fass. Es wird ungemütlich. Flieg. Du schaffst das schon. Die Aureand. Die Barsche. Die Barsche. Ja. Das mag mal. Einmal. Eine Beute. So geht ist aber voll, ne? Das hab ich schon gesehen. Als ich gerade gesehen hatte. Ja, hat sie. Dann ich würde sagen, machen wir die nächste. Die hat sie ja auch nicht geguckt, ne? Ähm. Dann kommen wir mal den Wachenstab nochmal. Hier kann noch was rein. Ist denn sowas? Ähm. Kampfbericht, dann guck ich jetzt mal. Schnell ist auf 9 gestiegen. Ne, ist immer noch 8. Komisch. Anscheinend haben wir die schon mal gehabt. Hier, dann. Jo. Ai, 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 ai. Oh. Oh. Was ist das? Äh. Ich glaube, Heiliger Magiekreis, ne? Ah, der Magiekreis. Wie heißt der? Ups. Er sagt so Ups einfach nur. Oh, der ist jetzt ne Tore, warte. Was war das denn für ein Vieh? Wie hieß das? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Zense, ein Zensegun. Oh, das sind auch komische Vieh. Ah, das sind die. Oh, der ist doch gestiegen, ne? Ich guck schon nochmal. Ja, 70. Guck mal, ich guck euch auf, wir wechseln. Das geht schnell, wa? Mit der. Wir werden die alle auf 100% haben. Ah. Die geht freiwillig hier rein. Mensch. Die wird jetzt hier gefangen werden, ne? Mensch, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ich hab's eingesperrt. Nein. Hey. Achso, hier. Können wir auch einen Button Cut machen. Finde ich. Wäre angebracht. Vielleicht ne Bank oder so? Sieh mal. Da oben können wir lang. Das sind jetzt auch alles Versuchobjekte, ne? Hier die Dinger. Da oben können wir lang, sagt sie. Ist das denn ernst? Eris wird das sowas von nicht schaffen. Sieh, ja, aber Eris. Wir kennen doch Eris. Wie ungeschickt sie ist. Was sind das für Viecher? Was ist die Truhe? Verdammt. Die Truhe. Nein. Die Truhe. Ach, nein. Nein. Aber nicht für lange. So. Der Magikreis. Bitte bedient euch an mir. Sag mal, es gibt wohl nicht genug von mir, ne? Lass dir mal, lass dir mal holen. Yes. Jetzt können wir. Keine Ahnung, hier. Bam! Grün nicht. So. Das war's dann wohl. So, die Waffe würde ich direkt mal wechseln. Äh... Die nächste wäre... Magiestab. Magischer Diener. Oh, wir haben einen Kumpel, der wieder... FP-Boost ist was? Warte, wir können auch hier sowas nehmen. Das müssen wir ja irgendwann auch mal meistern. Ah, 280. Das wäre fast voll. Ich war echt doof, das zu machen. Muss ich mal dran denken. Einzusetzen. Ah ja. Wo wir da runter gehen, gehen wir hier leider hoch und holen uns die Truhe. So wie es sein muss. Und das sieht besonders aus, die Truhe, oder? Nee, ist... Ah, okay. Ist mal geht. Megatrank. Boah. Wie kuselig siehst du aus. Junge Mädchen, geht mal. Junge. Hab ich den ganzen Tag Zeit. Dein Spielchen, Eros. Okay. Ach so. Juppt. Hier geht es raus. Aha. Und wieder fließt sich alles. Tja, das ist halt ein Wichser. Vielleicht bleibt er auch so. Äh, und wie es weiter geht hier, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Tschüss. Dann müssen wir nämlich nachher hier runter. Also dann. Bis dann. Tschau.